einige felder könnten helfen meinst du einige felder könnten helfen das ist aber schon ein bisschen passiv-aggressiv wie du mir das sagst ne einige felder könnten helfen dass ich dann auch arbeiten kann ach echt mensch nimmst mir nicht übel ich kenne mich nicht so mit bauernhöfen aus spiel nicht so gerne landwirtschaftssimulare